So, Hallihallöfe Leute, jetzt kommt das versprochene Special. Der Special ist kurz und bündig. Oh, nein, das ist jetzt nicht das, was ich meinte. Der Jagdpanther. Ihr kennt ihn alle. Ja, es wird Zeit für Neuerung. Nach nunmehr drei Monaten, seitdem ich ihn habe. Drei Monate habe ich ihn jetzt. Und, ja, jetzt inzwischen habe ich genügend Erfahrung, um mit dem Jagdpanther 2 zu holen. Ja, und das tue ich halt jetzt. 77 Jagdpanther 2 für 7.500 Erfahrungen, including 5.000, 5.853 freie Erfahrungen erforschen. Ja. Oh, nein, ich habe kein Geld. Ja, natürlich ist das jetzt halt der Jagdpanther. Das ist doch, ne? Aber da bleibt ja nichts übrig. So, Besatzung entlassen. Kleine Sätze, gehst ins Lager und mal voll ins Lager. Modul verkaufen. Jagdpanther. Du warst ein so göttlich geiler Panzer, ey. Ich habe mir den zigmal 5 Geld. Es gab auch in den letzten Tagen immer wieder. 2800 Schaden in einem Gefecht. Adios. Du wirst mir fehlen. Und jetzt. Jagdpanther 2. Kann ich schon direkt was kaufen? Jo, kann ich insofern ich ein Geld habe. Bitte, 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 geh rein. Jo, geil. 10,5, bitte, 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 geh rein. Jo, geil. Jetzt muss ich noch Munition nachladen. Ich glaube. Wurster, 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 wurster. Ho, nice. Ja, also erstmal, HE-Granaten raus. Und dann ein bisschen runter, ne. 20 reichen. Automatisch reparieren. Automatisch nachladen. So. Der Setzer geht auch noch auf Lager. Ja, und ein automatisches Feuerlöschsystem da. Annehmen. Ich hatte gerade schon schon viel Geld. Für äußeres heißt es nicht mehr, aber... Jetzt, mit der Zeuge, das erste Gefecht ist mit dem Jagdpanther 2. Dass ich jeden stritten habe. Werde. Hoffentlich bist du auch so geil wie dein Vorgang, ey. Sonst sind es richtig stressig. Aber sowas von. Ja, jetzt hab ich noch 106.000 freie Erfahrung. Die ist für die Maus. Die ich mir dies Jahr noch holen werde vermutlich bis zum Mai. Da werdet ihr vermutlich auch mit anwesend sein. Obwohl ich bin noch nicht sicher. Ja, vielleicht... Nehme ich es auch nur auf. Irgendwalt ohne Ton und dann... Synchronisiere ich das nochmal neu. Ja, nice. Heilige Scheiße. So viele Butterpanzer. Abends 50-100. Nullpanzer, ey. Ja, nice. Nice, 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 nice. Das schön, battle to destroy. Okay, jetzt mit dem Schützer nicht ganz so well aus, aber... Oh, nice. Darauf hab ich gewartet, ey. Muy fantastico. Boah, da ist der erste Achterjagdpanzer. Boah, ist das geil, ey. Ist das... geil. Das ist... Jetzt fein mich hier zu freuen. Jetzt, 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 für die... Trauer in Freude um, ey. Jetzt, 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 jetzt... Oh... Jetzt zieht euch das Ding rein, Leute. Ist das nicht ne geile Kiste? Ja. Oh, nice, alter. Nice, 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 nice. Da haben wir direkt... Zwei... Ja. Zwei... Ja. Ich bin so doof. Was mach ich denn? Ja, nice. 300 damage. Mit einem Schuss 338. 30. Uh. Daraus 1,50 live. Das finde ich doch ganz anmelden. Moment, falsch, Taste. Und wir sind nicht worden. Moment, Moment, Moment. So, vorsichtig. Be carefully. Ja, gut, die Turm von Zeus ist nicht die stärkste, das weiß ich. War das gerade ein V39? Also, petit... Hallo. Ja, Trommelmagazine. Pssss. Pststs... Tss. Ja, bisher war das Schwertflorus. Daraus dann, ne? Na klar, ne? Ich bin noch abzu positiv überrascht von der hohen Feuerwarte, äh nicht Feuerwarte, sondern Schaden des Dings, 333, 353, 38. Ja Leute, das war's auch schon, das war jetzt das Special. Entschuldigung, ich wollte euch bloß zeigen, wie ich mir ein Jagdpantor, zwei Hohle. Ansonsten, ich hoffe es hat euch gefallen, dann sehen wir uns Karneval, schönen Abend noch, adios.